Der Wiegehubwagen Ameise Pro ist eine mobile Wiegestation für den Transport und das Wiegen von Lasten bis 2000 kg. Er verbindet die bewährten Transport- und Lenkeigenschaften der Ameise Handhubwagen mit einer Präzisionswaage. Die Präzisionswaage ist mit einer Mehrbereichsanzeige ausgestattet, die bis 200 kg in 0,2 kg Anzeigeschritten misst und anzeigt. Von 200 bis 500 kg misst sie in 0,5 kg Schritten. Von 500 bis 1000 kg wird in Schritten von 1 kg gemessen. Die maximale Abweichung beträgt 0,1 % vom gewogenen Gewicht. Weitere Funktionen der Waage sind eine automatische und manuelle Nullkorrektur, eine Brutto-Netto-Gewichtsanzeige, automatische Tara- und Tara-Voreinstellung sowie ein Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung. Seine Energie bekommt der Wiegehubwagen über ein aufladbares Bleigel-Akkupaket, das bis zu 35 Stunden Einsatzzeit erlaubt. Das Aufladen erfolgt über ein externes Ladegerät, das im Lieferumfang enthalten ist. Optional sind zusätzliche Akkupakete erhältlich, die mit einem Steckmechanismus im Handumdrehen eingesetzt sind. Wird sie nicht benutzt, schaltet sich die Waage nach rund 30 Minuten automatisch aus, um Energie zu sparen. Der robuste Hubwagen ist in bewährter Ameisequalität verarbeitet. Der Schnellhub bis 120 kg spart Kraft und Zeit beim täglichen Palettenhandling. Die Lenkräder mit Vollgummibereifung und Gabelrollen aus Polyurethan gewährleisten komfortables und geräuscharmes Fahren bei optimaler Bodenhaftung. Sie können ihren Wiegehubwagen Ameise bei Bedarf mit weiteren Funktionen und Zubehör ausstatten. Ein Thermodrucker oder ein Fußpedal sind ebenso erhältlich wie ein Justierzertifikat, eine feinere Mehrbereichsanzeige und eine geeichte Ausführung des Wiegehubwagens. Wiegehubwagen Ameise bei Bedarf mit Bedarf mit Bedarf mit Bedarf mit Bedarf mit Bedarf mit Bedarf